Gibt es eine Spur von dem anderen Verfluchten, fragte ich, während ich Rabenflugs Zügel ergriff. »Nein, dieser Tiefstirk ist verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben«, antwortete Desina. »Wenn es nur so wäre«, meinte Santa grimmig, »ich fürchte, wir werden noch von ihm hören.« Als ich mit Serafine zur Zitadelle hochritt, fürchtete ich fast, Urikes würde mich abfangen, doch niemand störte uns. Wir trennten uns vor meinem Quartier. Mehr als ein Lächeln bekam ich von Serafine nicht, dann ging ich hinein, ließ meine Rüstung auf den Boden fallen und mich ins Bett. Es kam mir vor, als hätte ich die Augen kaum geschlossen, als es schon an der Tür klopfte. Ich fluchte leise, quälte mich aus dem Bett. Ich sah zum Fenster hin. Der Tag war kaum zu erahnen, bei den Göttern. Wann ließ man mich endlich einmal schlafen? Ich zog die Tür auf und fand Armin vor, der mich anstrahlte. Er trug einfache Gewänder und wäre selbst am Hafen kaum aufgefallen. Ich wollte mich ob der frühen Glocke bei ihm beschweren, doch dazu kam ich nicht. »Esseri«, begrüßte er mich freudestrahlend, »es ist ein Wundergeschehen. Janas ist von der Pest geheilt und das Volk rollt, weil der wahre Täter nun entlarvt ist. In allen Tempeln beten die Leute dafür, dass dieser Kolaron bestraft wird. Und heute Morgen kam die geflorene Dienerschaft zu uns zurück und ließ sich züchtigen, um ihre Reue zu beweisen. Und mein Herz, die Löwin, sie regte ihren Kopf empor und trägte ihn stolz. All das nur wegen eurer Weitsicht. Ich werfe mich euch zu Füßen.« Er tat es prompt, der Länge nach auf meiner Schwelle, während die Wachen vor der Tür Mühe hatten, es nicht zu bemerken. »Wenn ihr euch nicht durchgesetzt hättet«, nuschelte er vom Boden her, »dann wären die Ginnies nicht gekommen, um ihre Dankbarkeit zu beweisen.« »Armin, steh auf«, bat ich ihn scharf und zog ihn hoch. »Ich dachte, du hättest dir das abgewöhnt.« »Es hat mich überkommen«, meinte er beschämt, als ich die Tür hinter ihm schloss. »Ich muss euch gestehen, dass ich das eine oder andere Mal an eurer Weisheit gezweifelt habe. Oh Herr, ich bin so glücklich, meine Löwin wieder lächeln zu sehen. Es hat sie alles arg bedrückt.« »Ich bin nicht mehr dein Herr«, stellte ich klar. »Nur weil meine Liebe mich beherrscht, sonst würde ich euch noch immer mit Freuden dienen.« »Es ist wahr, was ihr erzählt habt von den Priestern auf den Feuerinseln. Man erzählte sich im ganzen Land. Warum nur habt ihr es uns nicht schon früher gesagt? So waren wir bedrückt und mussten zweifeln.« »Warum bist du hier?«, fragte ich ihn und fluchte leise, weil ich auf die Kante meines Schienbeinpanzers getreten war. »Meine Löwin gibt heute Abend ein Fest«, verkündete er. »Ihr müsst kommen, sonst bin ich verloren. Ich kann nicht zu meiner Blume gehen und sie enttäuschen«, er hüpfte auf und ab. »Ich wusste schon immer, welcher Held ihr seid. Und heute Nacht habt ihr es erneut bewiesen. Den Prinzen Aldanes gerettet, ein Dutzend Verfluchte erschlagen, den Feind vor seinen Mauern vernichtend geschlagen. Und all das in nur zwei Tagen.« Er verbeugte sich so tief vor mir, dass seine Stirn fast den Boden berührte. »Ich muss zurück meiner Blume berichten, dass ihr kommen werdet. Es wird sie so sehr freuen.« »Ich sah nur noch zu, wie er mich anstrahlte und durch die Tür verschwand. Ich starrte immer noch hin, als es wieder klopfte. Diesmal war es Serafine.« »Sag, war das Arm ihn eben?«, fragte sie und sah den Gang entlang. »Ja«, seufzte ich. »Das war er.« »Was gibt es?« »Der Kommandant will dich sehen.« »Und Harwald?«, sagte sie und lächelte ein wenig. »Zieh dir vorher etwas, an?« Ich sah an mir herunter. Ich war so müde gewesen, dass ich vergessen hatte, das Laken zu ergreifen. Ich schloss hastig die Tür vor Serafines Nase, aber ich hörte sie noch kichern. Der Kommandant stand am Fenster, sah auf die morgendliche Stadt hinaus und ließ mich warten. Ich trug wieder meine Uniform und hatte mich sogar rasiert. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis er sich umdrehte, mich mit einem scharfen Blick bedachte und dann seufzte. »Ich mag die Dinge einfach, Lanzen General. Wenn ich euch befehle, mir den Kopf einer Nekromantin zu bringen, erwarte ich genau das von euch.« »Eiser«, sagte ich und stand gerade. »Vorhin habe ich auf dem Zitadellenplatz eine gewisse Sera Asela gesehen, tief ins Gespräch mit Desina und Santa verstrickt. Sie nickte mir höflich zu, und Desina erklärte mir, dass ihr die Verfluchte überzeugt hättet, ihr zu helfen.« Seine Augen bohrten sich in mich. »Wäre eure Begründung, dass sie von Zolta geläutert wurde und keine Verfluchte mehr ist?« »Eiser«, sagte ich. »Dachte ich's mir doch.« Er seufzte. »Wenn ich euch befehle, nach Alda zu gehen, den Aufstand dort niederzuschlagen und den Prinzen Tamin noch rechtzeitig zum Kronrat nach Asgir zu bringen, erwarte ich nicht, dass ihr dem Prinzen Befehle erteilt und ihn dann dazu erpresst, vor einem neuen Kaiser das Knie zu beugen.« »Eiser«, »dachtet ihr, dass, wenn der Prinz von Aldane es selbst von mir fordert, diese Feindlegion am Eisenpass abzufangen, da Alda sonst fallen wird, ich meine Meinung ändere?« Ich sagte nichts. Er wartete. »Eiser«, er seufzte erneut. »Noch bevor ihr mir diesen letzten Bericht aus Alda gesendet habt, erhielt Lanzenobristin Miran die nötigen Befehle. Während wir hier sprechen, wird jeder Soldat, der noch halbwegs gehen kann, durch das Tor zum Eisenpass geschickt. Wäret ihr nur eine Kerze später dort angekommen, hättet ihr die dritte Legion dort vorgefunden. Rangor kann sich ja wohl kaum darüber beschweren, wenn wir einen Feind vernichten, den es ihren Worten nach nicht gibt. »Eiser«, »mehr habt ihr nicht zu sagen?« »Nur, dass es die richtige Entscheidung war.« »Ja«, sagte er dann schwer, »das ist mein Problem mit euch, Lanzengeneral.« »Ihr haltet euch nicht an Befehle. Ihr entscheidet selbst, was ihr für richtig haltet, und erwartet, dass ich es einsehe, wenn ihr Recht behaltet.« Ich öffnete den Mund. »Fragt es nicht, jetzt auch noch Eid zu sagen von Thurgau?«, knurrte er. »Diesmal hielt ich mich an seinen Rat.« »Gut«, sagte er grimmig, »ich habe eingesehen, dass ihr Recht behalten habt.« »Sagt, begeht ihr niemals Fehler?« »Doch, sehr«, gestand ich leise, »jeden Tag aufs Neue.« »Solange das so ist, Lanzengeneral, werdet ihr euch mit mir besprechen, bevor ihr vielleicht noch selbst einen begeht.« Er fixierte mich mit seinem Blick. »Haben wir uns diesmal verstanden?« Ich nahm Haltung an und starrte geradeaus. »Eis, Herr«. Er sah mich lange an und nickte dann. »Das will ich hoffen.« »Und um der Götter willen, hört auf, die Wand so anzustarren und steht bequem.« »Zum nächsten Punkt«, sprach er ruhiger weiter, als ich mich entspannte. »Ich habe wegen dem Handelsrat mit Pertock gesprochen und ihm die Beweise vorgelegt. Es war nicht einfach, ihn davon zu überzeugen, dass er so verfährt, wie ihr es vorgeschlagen habt. Er ist Boren verpflichtet und der Gott macht keine Geschäfte mit Verbrechern. Ich konnte ihn letztlich davon überzeugen, dass sie Buße tun werden, wo es sie am meisten schmerzt. Er wird gegen sie vorgehen. Das ist gut zu hören. »Ihr haltet also an dem Plan fest?«, fragte er. »Noch können wir zurück?« Ich schüttelte den Kopf. »Auf lange Sicht ist es besser, wenn Asgir weiß, wer hier regiert.« »Dann werden wir es in die Wege leiten.« »Noch etwas, Lanzen-General.« »Eis, Herr.« »Obwohl Prinz Tamin euch nicht sonderlich zu mögen scheint, nannte er euch einen Helden.« »Ich bin kein Held.« »Ja,« sagte der Hochkommandant, während er wieder zum Fenster hinaussah. »Wenn es einen Helden in der Geschichte gab, dann war es dieser Korporal der Federn, den ihr in den Turm geschickt habt. Ihr dürft euch entfernen, Lanzen-General.« »Eis, Herr.« Ich salutierte und entfernte mich. Serafine hatte draußen vor der Tür gewartet und musterte mich neugierig, als sie in meinen Schritt einfiel. »Das hat ja nicht lange gedauert. Was hat er denn von dir gewollt?« Er teilte mir sein Missfallen darüber mit, dass ich ihn dazu erpresst habe, die Truppen zum Eisenpass zu senden. »Hattet er nicht eingesehen, dass du recht behalten hast?« »Deshalb hat es ihm ja so sehr missfallen.« Sie lachte leise. »Ein Diplomat wirst du nie werden.« »Was war noch?« »Nur, dass wir jetzt genügend Beweise haben, um gegen den Handelsrat vorzugehen.« »Weil der Rat dich anklagen wollte?« »Fragte sie, als wir die breite Treppe heruntergingen.« »Wollte?« »Er will es noch.« »Aber das ist es nicht.« »Was dann?« »Die meisten im Rat sind bereits von der Gier verdorben und glauben nicht mehr, dass das Gesetz sie erreichen kann.« »Vielmehr denken sie, sie selbst sind das Gesetz.« »In Friedenszeiten kann man es vielleicht ertragen.« »Doch nicht im Krieg.« »Sie haben wenig an Gewissen übrig.« »Ich habe die Beweise gesehen, dass einer von ihnen der Flotte verdorbenes Fleisch lieferte und wusste, dass es verdorben war.« »Das kann eine ganze Mannschaft töten.« »Am Anfang, so meinte Urikes, wäre es nicht so schlimm gewesen.« »Aber im Laufe der Jahrhunderte nahm es Überhand.« »Jetzt ist es fast schon so, dass ein Sitz im Rat vererbt wird.« »Doch so ist es nicht gedacht.« »Es ist schon so weit, dass der Kommandant es kaum wagen kann, gegen den Rat vorzugehen.« »Doch ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden.« »Und welche?« »Fragte Seraphine.« »Ich benutze ihre Methoden.« »Ich sah zur Sonne hoch. Es war noch nicht ganz Mittag.« »Wann soll diese Hinrichtung stattfinden?« »Zur fünften Glocke.« »Dann haben wir noch etwas Zeit. Es gibt noch viel zu tun.« »Was planst du noch?« »Ich plane nicht.« »Ich schiebe nur die Steine zurecht.« »Damit sie da sind, wenn ich sie brauche,« erklärte ich ihr. »Also gut. Welche Steine willst du denn noch verschieben?« »Den Handelsrat.« »Frelda, die auch in Wahrheit eine Königin sein sollte. Eine Sera, die Blumen liebt.« »Dann nimmt alles seinen Lauf.« »Ich blieb stehen und ergriff ihre Hand.« »Ich weiß nicht, was auf diesem Kronrad geschehen wird.« »Ich will nur vorbereitet sein.« »Es ist bald vorbei.« »Sie sah mich an.« »Oder es fängt bald alles von vorne an.« »Ja«, sagte ich. »Oder das.« »Welches Sera hast du gemeint? Wir lieben alle Blumen.« »Nicht wie sie«, antwortete ich. »Sehen wir zu, dass wir Ragnar finden.« »Dann siehst du, was ich meine.« »Ich hörte, er ist oft in der silbernen Schlange.« »Er hat sich dort ein Zimmer genommen«, sagte sie. »Das erklärt, warum mich sein Schnarchen nicht mehr stört.« »Ihr seht aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt«, begrüßte uns Ragnar, als wir uns zu ihm setzten. »Das habt ihr in Alter getrieben. Euch mit Bären einen kleinen Ringkampf geliefert?« »So in etwa«, lächelte Seraphine. »Harvald hat schon wieder eine Rüstung ruiniert.« »Ich hörte, dass es mit schöner Regelmäßigkeit geschieht«, lachte er und hob die Hand, um Bier für uns zu bestellen. Wir hatten ihn tatsächlich in der silbernen Schlange vorgefunden. Er saß im Gastraum, der um diese Kerze fast leer war, und sprach einem guten Frühstück zu. Doch Ragnar zeigte wenig Appetit, und seine Augen waren gerötet. Er sah übermüdet aus. »Du siehst nicht viel besser aus«, stellte ich fest. »Lag es an dem Bier?« »Das war nicht das Problem«, stöhnte er. »Es war der Med. Ich vergaß, wie pelzig er am Morgen schmeckt.« Er sah sich um, bevor er leise weitersprach. »Das Fest war geradezu friedlich.« Erlaf und ich schwiegen uns an, und es gab nur vier Schlägereien. Aus allen hielt ich mich heraus. Es brauchte eine Weile, bis ich es einrichten konnte, Vrelda zu sprechen, ohne dass ein Ohr in der Nähe war. »Harvald«, sagte er, und seine Augen zogen sich grimmig zusammen. Erlaf hat an ihr Rache genommen für seine Hand. »Frelda hasst ihn mit einer Inbrunst, die selbst mich erschreckt. Und sie hat nicht vor, ihn König werden zu lassen. Ihr Plan ist, ihn im Bett zu ermorden. Wenn es ihm gelingen sollte, sie zur Heirat zu zwingen.« »Käme sie damit durch? Ich meine, sie ist die Königin.« »Es wäre möglich. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Von Angus hat sie schon gehört, und wie sie sagte, würde sie auch einen Siegenbock zum König nehmen.« »Da ist ihr Angus lieber.« »Stört es sie nicht, dass er ein Wehrwolf ist?« fragte Seraphine neugierig. »Nein«, erklärte Ragnar, »auch wenn die Gefahr besteht, dass ein Kind von ihm sie bei der Geburt tötet. Immerhin sichert es kräftige Kinder, die leichter überleben werden.« Er sah zu ihr. »Es ist ja nicht so, dass er sich jede Nacht in einen Wolf verwandelt. Es ist eine Göttergabe und kein Fluch, wie es die Krankheit sein kann.« »Und Angus?« Er seufzte. »Vom eisernen Thron war er nicht begeistert. Doch als ich ihm Vrelda beschrieb, war er nicht mehr abgeneigt. Diese Elgata schien er darüber fast zu vergessen. Er ist begierig darauf, sie zu sehen. Und tadelte mich, dass ich ihm Vreldas Brüste nicht beschrieb.« Er stocherte in seinem Essen herum. »Als ich ihm sagte, dass sie ihrer Mutter ähnlich sieht, war sein Interesse ganz und gar geweckt. Er erinnert sich noch gut an sie.« Er seufzte. »Ich liebe Angus wie einen Bruder. Mehr, wenn man bedenkt, dass drei von ihnen mich ermorden wollten. Aber Angus, er braucht guten Rat, wenn er König werden soll.« »Du wirst ihm beistehen können«, sagte ich. »Wenn Vrelda klug ist, wird es gelingen.« »Oh, das ist sie«, sagte Ragna und sah mich an. »Auch ohne deinen Plan könnte ich Erlauf jetzt nicht mehr leben lassen. Nicht nachdem ich weiß, was er ihr angetan hat. Er ist schlimmer als mein Vater.« »Es gibt nur einen Nachteil.« »Welcher wäre das?« »Vrelda will nicht nur Erlaufs Kopf. Sie hat vierzehn Namen. Und sie will alle dazugehörigen Köpfe auf Stangen aufgespießt sehen.« »Was haben sie getan?« »Sie entehrt. Mit Erlaufs Einverständnis und unter seinen Augen. Sie kann und will es nicht dulden, dass sie leben und damit angeben können, bei der Königin gelegen zu haben. Es sind einige einflussreiche Krieger dabei. Sie hat mir den Schwur abgenommen, dass ich dafür sorge, egal was mit ihr geschieht.« Er sah mich mit gequälten Augen an. »Ich weiß nicht, wie ich es Esire erklären kann. Aber Vrelda ist meine Schwester. Und das alles ist nur geschehen, weil ich ging und sie zurückließ.« Serafine legte ihre Hand auf seine. »Ich bin sicher, dass deine Esire es verstehen wird«, sagte sie. »Ich verstehe es auf jeden Fall.« »Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an mich«, meinte ich. »Nen ich will auch dich um einen Gefallen bitten.« »Du sollst die Welt für eine Sera spalten.« »Wie meinst du das?«, fragte er. »Du wirst es sehen. Es braucht den mächtigsten Hieb, seitdem die Riesen auf der Erde wandelten, und man wird noch in tausend Jahren davon singen.« Ragnar sah mich an und lachte. »Jetzt hast du meine Neugier doch geweckt.« An eines hatte ich nicht gedacht. Das Tor war in Betrieb, als wir zu Desinas Haus gelangten. Eine endlos lange Schlange von Legionären staute sich in der Straße. Fast jeder von ihnen war mit einer Armbrust bewaffnet und einer Last von Köchern, die ihn fast erdrückte. Ich sah nicht nur die Abzeichen der Dritten Legion, auch die der Ersten und der Vierten, und Seesoldaten in ihren lindgrünen Lederrüstungen. Offenbar hatte der Hochkommandant jeden herangezogen, der noch wusste, wie man eine Waffe hält. So dauerte es eine Weile, bis wir das Tor nutzen konnten. Diesmal spart ich es mir, ein Geheimnis daraus zu machen. Ich vermutete ohnehin, dass der Leutnant wenig auf die Kombination unserer Steine achten, sondern sie einfach nur wieder auf die Wehrstation im Pass ausrichten würde. Diesmal war es leichter, den alten Tempel in Kolariste zu verlassen. Ragnar räumte mit einer Hand Brocken beiseite, an denen ich Kerzenlängen geschuftet hätte. Als sie die Stadt sahen, verschlug es Ragnar und Seraphine den Atem. »Götter!«, hauchte Seraphine. »Wo sind wir? Und was ist das?« »Das Herz des Feindes«, sagte ich rau. »Um den Krieg zu gewinnen, müssen wir dieses Ungeheuer einnehmen.« »Dafür reichen hundert Legionen nicht«, flüsterte Ragnar betroffen. »Wie kann eine Stadt nur so sein. Es ist nichts Natürliches daran.« »So sah ich das auch. Seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Sie erinnert mich an einen Ameisenhaufen. Von diesen fleißigen Insekten hört man, dass sie einer einzigen Stimme gehorchen. Und so ähnlich ist es wohl auch hier. Kolaron wird jeden Geist in dieser Stadt beherrschen. Und das hier ist die Folge. Das geschieht, wenn jeder Einwohner einem fremden Willen folgt. Er hat sie allesamt versklavt. »Wenn wir verlieren, willst du sagen, dass so unsere Zukunft aussähe?«, hauchte Seraphine. »Ja. Aber wir werden nicht verlieren. Deswegen sind wir hier. Wir werden uns Hilfe holen.« »Und wer soll uns gegen dieses Ungetüm von einer Stadt helfen können?«, fragte Ragnar, der mir etwas blass erschien. »Dazu kommen wir jetzt gleich«, sagte ich. »Seht ihr diese Blumen?« »Jeder von uns sollte eine pflücken, um ihr ein Geschenk zu machen.« »Du bist zurückgekommen und hast Freunde mitgebracht«, sagte sie, während Ragnar und Seraphine noch staunten. »Jetzt willst du mich befreien, obwohl du mich nicht kennst. Aber es wird nicht möglich sein. So mächtig bist du nicht.« Ragnar hatte sich gefangen und reckte seinen Kopf. »Es ist nur eine Kette.« »Nein! Wenn du mich befreien willst, musst du die Schelle lösen, die mir meinen Atem und meine Kräfte abschnürt. Sie ist größer, als du es bist. Und selbst wenn ich dir meinen Hals darbiete, kannst du sie kaum erreichen.« »Oh«, sie schwenkte ihren Kopf zu mir und sah mich aus ausgebrannten Augenhöhlen an. »Dein Freund ist mehr, als ich zuerst dachte.« »Das ist er«, bestätigte ich. »Dann bitte ich darum, dass er die Schelle nicht verfehlt. Es wäre nach all den Jahrhunderten lächerlich, wenn ein wohlgemeinter Schlag mich mein Leben kosten würde.« »Das wird nicht geschehen«, sagte Ragnar. »Ich teile einer Fliege die Flügel mit meiner Axt. Dann stelle ich deine Worte mit meinem Leben auf die Probe.« Mit anmutiger Eleganz senkte sich der schlanke Kopf zu Boden. Eine krallenbewehrte Pranke schob die massive Schelle um den Hals zurecht. »Was du jetzt siehst«, flüsterte ich Seraphine zu, »hat man in diesem Zeitalter noch nie gesehen. Nicht seitdem die letzten Riesen über die Erde wandelten.« »Woher wusstest du es?«, fragte Ragnar, der nun seine Axt fester hielt. »Du hast es selbst gesagt.« »Du stammst von ihnen ab.« »Aber ich habe es nicht recht geglaubt, bis sich Ragnars Krak in meinen Händen hielt«, entgegnete ich. »Jetzt mach schon, Ragnar, bevor der Nekromantenkaiser noch bemerkt, was hier geschieht.« Er sah unsicher drein. »Tu es einfach. Es ist eine Sera, die deine Hilfe braucht. Willst du sie noch länger warten lassen?« Er sah mich an. Dann lachte er. »Wohl kaum.« Er hob die Axt und ging den Abhang hinunter. »Götter«, hauchte Seraphine erneut, während auch ich hinstarrte. Denn mit jedem Schritt, den Ragnar tat, wurde er größer und größer, bis die Erde unter seinem Schritt erwebte. Als er neben der Sera stand, ragte er wie ein Turm empor, der ihr an Größe beinahe gleichkam. Er beugte sich nieder, hob einen Stein an, der größer als zwei Häuser war, und schob ihn unter der Schelle zurecht, die den Drachen band. Dann trat er zurück, sah zu uns, grinste breit und hob seine mächtige Axt zu einem beidhändigen Schlag. »Hua!« rief er so laut, dass die Erde bebte und die Vögel erschreckt aufstoben. Bis in die Wolken hob er das schwere Blatt empor, und jetzt fuhr es wie das Ende der Welten herab, spaltete Schelle und Stein und den Grund des Bergs mit einem Krachen, das die Welt erschütterte. Selbst der Drache schien benommen, doch Ragnar zögerte nicht lange. Mit zwei Händen bog er die Schelle auf, und nicht nur das. Zwischen seinen mächtigen Fingern zerbrachen auch die anderen Manschetten, die ihre drei verbliebenen Beine verunstalteten. Aus der Höhe hörten wir einen schrecklichen Schrei. Ich sah hoch und beobachtete, wie einer der kleineren Drachen herabfuhr, direkt auf Ragnar zu, der das Biest fast nachlässig mit einer massiven Hand ergriff, zudrückte und es zerbrochen weg zur Seite warf. Dann drehte er sich um und kam auf uns zugerannt. Noch immer bebte die Erde unter seinen Schritten, und hinter uns stürzten die alten Ruinen ein. Während er rannte, wurde er wieder kleiner. Er sprang wie ein Hase über die Spalten, die sich im Boden öffneten, grinste über das ganze Gesicht, während hinter ihm der Drache schimmerte, ein neues Bein aus dem vernarbten Stumpf wuchs und sich mächtige Flügel entfalteten, die eben noch verkrüppelt gewesen waren. Wir werden uns wiedersehen, teilte uns die Sera mit. Dann erhob sie sich mit einem mächtigen Schwung der Flügel in die Luft und schoss so schnell empor, dass sie kaum noch zu sehen war. Habt Dank für eure Blumen! Harwald, rief Hagner, hechtete auf mich zu und beförderte einen Stein zur Seite, der mich sicherlich erschlagen hätte. Stehe hier nicht zu dumm herum, wir müssen gehen! Wir rannten los. Es war nicht weit zum Treppenabgang, doch auch hier unten breiteten sich Risse aus und Steine fielen von der Decke. Wir sprangen in das Tor hinein, während um uns herum schon Brocken von der Decke stürzten. Ich warf mich über Serafine und spürte einen harten Schlag im Rücken. Hastig hob und senkte ich den letzten Torstein und fand mich im Tor in Asgir wieder, während neben mir ein schwarzer Fels über den Boden rollte. Ragner richtete sich auf, schüttelte sein Haupt und lachte, nahm den Brocken und warf ihn achtlos fort. Dann half er Serafine auf die Beine. Raus! rief der Leutnant am Tor und hielt die Hand hoch, wo er mit den Fingern zählte. Schnell! Wenn man nicht auf den Rand achtete, konnte das Portal einen in zwei Teile schneiden. Ich hechtete zur Seite hin. Einen Liedschlag später nur tauchte im Tor eine mit Ketten zusammengeknotete Wiwarn auf, die mich mit giftigen Augen musterte. Auch Ragner und Serafine hatten es geschafft. Jetzt standen wir keuchend an der Seite und sahen zu, wie die Wiwarn von sechs kräftigen Bullen auf einen Wagen gehievt wurde. Wo geht das Biest hin? fragte ich einen der Soldaten. Die Federn wollen es sich ansehen. Angeblich kann man diese Kreaturen zähmen. Besser sie als ich. Ich konnte mich noch sehr gut an den aufgerissenen Rachen erinnern, der uns erwartet hatte, als wir in Alda aus dem Torhaus stürmten. Wenn das Vieh nicht so böse schauen würde, wäre es beinahe schön, stellte Ragner fest und stützte sich auf seine Axt. Er sah zu mir hinüber und grinste über beide Ohren. Esire wird dir nie verzeihen, dass ich eine Sera erblickte, die schöner war als sie. Gata! fragte er mich dann. Wer war sie? Ich dachte es zu wissen, sagte ich leise. Doch ich habe mich getäuscht. Es ist egal, wer sie war, meinte Ragner. Allein für das, was eben geschehen ist, lohnte es sich bereits zu leben. Wir folgten der Vivan auf dem Wagen die Rampe hinauf und gingen zur Zitadelle zurück. Was dachtest du denn, wer sie ist? fragte Seraphine in einem Ton, der zeigte, dass sie noch immer von dem Anblick zehrte, den der Drache geboten hatte. Ich dachte, sie sei vielleicht die verlorene Kaiserin, erklärte ich den beiden leise, als wir außer Hörweite anderer Ohren waren. Es schien zu passen. Es war Kolaran, der sie gefangen hielt und ich wusste von der Kaiserin, dass ein Volk tief im Süden sie für eine Göttin hielt. Sie war verkrüppelt und verletzt. Und du meinst, ein solcher Drache hätte sich nicht zur Wehr gesetzt, als man ihn angriff? fragte Seraphine ungläubig. Sie war gefangen, wie auch immer es dazu kam. Vielleicht ist sie in ihrer menschlichen Gestalt auch nicht so stark. Harwald, sagte Seraphine und schüttelte ungläubig den Kopf. Wie bist du nur auf diese Idee gekommen? Ich deutete nach oben, hoch zur Zitadelle, wo Askias Banner wehte. Ragnar und Seraphine folgten meiner Geste. Bei Boronsbad, fluchte Ragnar, direkt vor unserer Nase. Oh, sagte Seraphine, ich verstehe. Denn der goldene Drache auf dieser Flagge ähnelte der Sera bis auf die letzte Einzelheit. Es lag nahe, sagte ich leise. Wenigstens dachte ich das. Aber wenn sie die Kaiserin wäre, dann wäre sie mit uns gekommen. Nun, meinte Ragnar, ich kann dir zwei Dinge sagen. Zum einen, wenn ich alt und grau bin, werde ich noch von diesem Tag zehren und meiner Esire damit in den Ohren liegen. Zum anderen, eines ist gewiss, eine Freundin des Nekromantenkaisers ist sie nicht. Fast zärtlich strich er über seine Axt. soll der Verfluchte doch versuchen, Kuldenstadt zu nehmen. Er wird sein blaues Wunder erleben. Ein Wunder war es, Ragnar, sagte Seraphine andächtig. Und was für eins. Ich wollte, ich könnte mich beliebig so verwandeln, sagte Ragnar und sein Lächeln flaute ab. Ich bin kein Riese, ich trage nur ihr Blut in mir. Es hat mich viel Kraft gekostet, nicht nur mich, sondern auch Ragnars Krag. Der Axt ist schwächer geworden dadurch, aber bei den Göttern es hat sich gelohnt, diesen einen Streich zu führen. Er hat wahrhaftig die Welt gespalten. Zumindest hatte er sie erbeben lassen. Ich fragte mich, was Kolaron dachte, als er von ihrer Flucht erfuhr. Weißt du, was ich denke? fragte Seraphine, als wir uns in der silbernen Schlange an den gleichen Tisch setzten, den wir vorhin erst verlassen hatten. Ragnar war der Meinung, dass man darauf einen Humpen trinken sollte und ich stimmte ihm aus vollem Herzen zu. Was? Dass sie der gleichen Art entstand wie der Göttervater, sagte sie andächtig. Sie besaß die gleiche Majestät und Erhabenheit, wie ich sie auch bei ihm verspürt habe. Dann wäre sie in Wahrheit eine Göttin, sagte Ragnar und hob seinen Humpen, um mit uns anzustoßen. Auf sie also, die Sera mit den Blumen. Wir stießen krachend an, dass der Schaum um uns flog. Nur in einem hast du mich betrogen, Harwald, warf mir Ragnar lachend vor. Ich dich? fragte ich verblüfft. Wie das? Es wird kein Lied darüber geben und wenn doch, wird es niemand glauben. Er nahm einen tiefen Schluck, sodass der Schaum in seinem Bad kleben blieb. Aber es reicht mir, dass ich selbst weiß, was ich getan habe und allein dafür danke ich dir, alter Mann. Ich wollte mit der linken Hand nach dem Krug greifen, doch dann erstarrte ich und fluchte. Was ist? Dieser letzte verdammte Brocken, der von der Decke fiel, fluchte ich leise, während ich mich vorsichtig anders hinsetzte, hat mir schon wieder eine Rippe gebrochen. Ich begab mich zum Medikus in der Zitadelle, der mir einen festen Verband anlegte und mir riet, mich nicht anzustrengen, was mich beinahe zum Lachen brachte. Der stechende Schmerz belehrte mich eines Besseren. Was habt ihr gemacht, Lanzen, General? fragte der Mann, als ich meine Uniform wieder anzog. Ihr solltet lernen, besser mit eurem Körper umzugehen. In den letzten Tagen hatte ich mir eine Menge blauer Flecken eingefangen. Leandras Blitze hatten mir noch im ganzen Körper wie Sommersprossen großzügig verteilt eine Menge kleiner Punkte und einige unschöne Narben hinterlassen. Die Wunden und auch die gebrochene Rippe von dem Kampf mit diesem Priester hatte Seelenreißer mir im Kampf geheilt. Die blauen Flecken und die kleinen Narben hatte er mir gelassen. In dieser Hinsicht konnte Seelenreißer oft willkürlich sein. Ich musterte mich im Spiegel und knöpfte die Jacke zu. Zum einen sah es nicht so schlimm aus, wie ich dachte und zum anderen gewöhnt man sich an manche Dinge. Aber ich fand es durchaus bemerkenswert, dass es Leandra gewesen war, die mich am meisten gezeichnet hatte und Seelenreißer mir ihre Spuren ließ. Die Hinrichtung Serafine und Ragna hatten in meinem Amtsraum auf mich gewartet. Dort fand ich sie ins Gespräch vertieft vor. Der Korporal aus dem Zeughaus und Schwertleutnant Stofisk waren auch dort und schienen sich bestens zu unterhalten. Was ist das eigentlich für eine Rüstung, die Santa trägt? fragte ich den Korporal sogleich. Ist sie nur für die Eulen gemacht? Nein, erklärte er. Ursprünglich wurden diese Rüstungen für Nachtfalken gefertigt. Angeblich sind sie auch dafür geeignet, den Träger vor Magie zu schützen. Ich dachte, du hättest deine Rüstung inzwischen gefunden, lachte Serafine. Probierst nicht auch du verschiedene Kleider an? fragte ich sie schmunzelnd. Aber du hast recht. Die Rüstung der Drachenreiter ist fast das, wovon ich immer träumte, und ohne sie hätte mich der dunkle Priester wohl noch übler zugerichtet. Nur mag ich es nicht, dass sie so hell glänzt. Wenn die Sonne richtig steht, kann mich der Feind darin auf Meilen erkennen. Das lässt dich ändern, Lanzen-General, sagte der Zeugwart dazu. Ich kann sie euch brünieren. Dann tut das, sagte ich, und beult sie etwas für mich aus. Sie hat ein wenig gelitten. Sein Blick sagte mir, dass er nicht erfreut darüber war. Er nickte steif und ging. Wie war's in all da? fragte Leutnant Stofisk. Man hört so allerhand. Nass, antwortete Serafine mit einem Lächeln. Was unserem Leutnant wohl nicht genug war, er schien mir vor Neugier fast zu platzen. Erzählt ihm später von euren Heldentaten, meinte Ragnar. Ich will diese Hinrichtung nicht versäumen. Darf ich euch begleiten? fragte Stockfisch ganz aufgeregt. Ich will wissen, wie es endet. Dann kommt mit, rief Ragnar und schlug dem Leutnant auf die Schulter, sodass dieser taumelte. Ihr dürft uns das Bier tragen, draußen stieß eine Tenet Bullen zu uns, angeführt von einem lanzen Leutnant Toris, der mir erklärte, dass dies bei solchen Anlässen allein schon wegen des Gedränges üblich wäre. Damit euch nicht aus der Menschenmenge heraus ein Attentäter angreift. Schon am Tor zum Tempelplatz verstand ich, was er mit Gedränge meinte. Die Menschen stauten sich schon vor dem Tor, die ganze Straße herunter und nur Leutnant Toris laute Stimmen und die mit Leder überzogenen Knüppel, die sich drohend hoben, machten uns den Weg frei. Macht Platz für den Lanzen General, rief er immer wieder. Aus dem Weg, macht Platz. Ich hätte erwartet, dass die Leute es übel aufnehmen würden, doch die meisten machten bereitwillig Platz und viele strahlten, lachten und sahen mich neugierig an. Gelegentlich wurden sogar Kinder hochgehoben, damit sie mich besser sehen konnten. So kamen wir, wenn auch langsam, doch voran. Wir hätten früher aufbrechen sollen, meinte Stofisk. Bei solchen Dingen lohnt es sich voraus zu planen. Wir waren etwas beschäftigt und brauchten danach eine Pause, erklärte Seraphine dem Leutnant. Es wird die größte Hinrichtung seit Jahrhunderten, Stofisk strahlte über beide Ohren. Das letzte Mal, dass ein Verfluchter öffentlich gerichtet wurde, ist über 800 Jahre her. Wie konntet ihr da an etwas anderes denken? Was war so wichtig? wollte Stofisk wissen. Wir brachten einer Serra Blumen, lachte Ragnar. Am Tor zum Tempelplatz sah man uns kommen und vertrieb die Menschenmenge, um uns einen Pfad zu öffnen. Doch nach dem Tor wurde es noch schlimmer. Der Tempelplatz war einer der größten Plätze Askiers. Ein großes leeres Feld, sauber mit Pflastersteinen belegt. Die vier großen Tempel bildeten ein Quadrat und waren selbst umrandet von anderen kleineren Gebäuden, die auch in irgendeiner Art dem Glauben dienten, ob es nun Druckereien waren, die Lehrbücher anfertigten, Blumenläden, Schneider oder die Tempelschulen. Überall standen kleine Buden, wo sich die Verkäufer heiser schrien, Wein, Bier, Tee, Gebäck oder anderes anpriesen oder auch kleine bestickte Lappen, die man sich an die Robe heften konnte, mit Sinssprüchen aus den Büchern der Götter darauf. Tafelsänger kämpften gegen den Lärm an, zeigten mit ihren Stöcken auf ihre Tafeln voller schauriger Geschichten, Spielleute tanzten oder vollführten Kunststücke und da vorn, und zweimal auch einen Dieb, der geschickt einen Beutelschnitt. Stofisk hatte recht, es war ein Volksfest und es gefiel mir nicht. Ragnar schien das anders zu sehen, er war allerbester Laune, auch Stofisk sprang herum, als hätte er einen Ball verschluckt. Die Götter schienen sich ebenfalls zu beteiligen, ein strahlend blauer Himmel spannte sich über uns und die Masse an Menschen um uns herum war wie ein lauter Ozean. Es dauerte eine Weile, bis wir am Richtplatz ankamen. Ich erfuhr von Stofisk, dass die meisten Hinrichtungen unten am Hafen stattfanden. Diese Plattform hier war aus schweren Balken nur für Joachin und Helx aufgebaut worden. Dahinter, an die Mauer des Tempelplatzes gelehnt, befand sich auch eine Tribüne, die schon zum größten Teil gefüllt war mit geladenen Ehrengästen. Unter den vielen Flaggen befanden sich auch die von Aldane und Besserein. Die gekrönten Häupter waren angetreten, um ihren Respekt vor der Rechtsprechung der Stadt Asgier zu bezeugen. Dass somit ausgerechnet eine grausame Hinrichtung den Kronrat einleiten sollte, schien niemanden zu stören. An der Plattform angekommen reihte sich unsere Eskorte in den Ring der Bullen ein, der sich auf zehn Schritt um die Wir gingen die breite Treppe hoch und suchten Leandra. Wir fanden sie schnell. Sie sprach mit dem Kommandanten. Jeder der Könige hatte jeweils vier Leitgardisten dabei, die sich misstrauisch umsahen, so auch beim Kommandanten. Vier Soldaten des ersten Bullen hielten selbst hier auf der Plattform wachsam Ausschau nach Gefahren und stützten sich auf ihre schweren Turmschilde. Nicht immer ist das Wenn wir Joachim einfach in die Menge werfen würden, würden sie ihn zerreißen. Leandra war nicht allein. Auch Zokora und Varos waren hier. Varos trug wieder die Robe eines Adepten, aber sowohl Leandra als auch Zokora waren gerüstet. Die dunkle Elfe in ihre schwarze Rüstung, Leandra in der des Greifen. Ihr kommt spät, meinte Leandra in leicht tadelndem Tonfall, doch sie schien nicht böse zu sein. Sie hatte auf die Perücke verzichtet. Ihr kurzes weißes Haar glänzte im Sonnenlicht mit dem feinen Reif auf ihrer Stirn um die Wette. Er stand ihr vorzüglich. Vor allem, wenn man ihn mit der überladenen Krone verglich, die einer der Könige auf seinem Haupt trug. Ein wahrer Turm aus Gold und Geschmeide. Ein Wunder, dass er nicht darunter er hätte die Krone zu Hause lassen sollen. Sie erdrückte ihn vollends und machte seine Königswürde zu einer Farce. Prinz Thamin und die Baronetter waren auch zugegen. Als sie mich sahen, nickten sie mir leicht zu. Neben dem Prinzen saß Baron von Freise auf seinem Stuhl. Daneben stand die Bardin in einem ihrer bunten Kleider, das sich, obgleich Figur betont und etwas offener als vielleicht schicklich, wohltuend von dem Prunk um sie herum abhob. Als sie meinen Blick bemerkte, zwinkerte sie mir zu. Baron von Freise sah auf. Sie sagte etwas und er lachte. Seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, schien er mir noch verhärmter. Lange war er wohl nicht mehr von dieser Welt. Schade, dachte ich, denn ich mochte ihn. Wie geht es dir? fragte ich Leandra leise. Sie sah über die Menschenmenge hin, die wie ein Untier zu grollen schien. Der Lärm erreichte uns in Wogen und zwang uns die Stimmen zu heben. Was ist mit Steinwolke? Sie ist noch nicht so weit. Aber man versprach sie in den nächsten Tagen zur Donnerfeste zu bringen. Es ist wohl auch besser so. Menschenmengen machen sie noch immer sehr nervös. Bedachte man, wie sehr der Greif zur Schaulust der Menschen gequält worden war, schien es mir verständlich. Ich weiß nicht, was ich denken soll, fuhr sie unglücklich Wort. Mein Kampf ist etwas anderes. Aber jemanden hinzurichten, es stößt mir übel auf. Ich habe ihr angeboten, den Verfluchten zu richten, teilte mir Zokora mit, die mit weiten Augen die Menge betrachtete. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sie unruhig wirkte. Doch sie wollte nicht. Die dunkle Elfe sah zu mir hoch. So viele Menschen, Harwald, sagte sie mit belegter Stimme. Ich hätte nie glauben wollen, dass es so viele Menschen gibt. Da habt ihr Angst vor uns? Ihr nicht, meinte Barosch und zog sie an sich heran. Sie ließ es geschehen und schmiegte sich an ihn. Leutnant? hörte ich Seraphines Stimme. Augen gerade aus. Entschuldigt, sagte der Leutnant verlegen. Ich sah euch bisher nicht aus der Nähe. Er verbeugte sich formvollendet vor Zucora. Ihr seid eine wunderschöne Frau. Seraphine räusperte sich. Laut. Doch Zucora überraschte uns. Sie neigte höflich den Kopf und sagte Danke. Ich sah noch immer Leandra an. Sie atmete tief durch und nickte grimmig. Ich werde es tun, aber nein, es gefällt mir nicht. Sie griff an das Heft von Steinherz, das über ihre Schulter ragte. In solchen Fällen bin ich froh, dass ich mich auf Steinherz stützen kann. Ja, dachte ich bitter. Für solche Fälle war ein Herz aus Stein recht gut zu gebrauchen. Ich sah mich auf der Plattform um und bemerkte Seraphine, die jetzt Leutnant Storfisk zur Seite nahm und mit ihm sprach. Der Kommandant hob leicht seine Hand und ich trat zu ihm. Auch er schien von der allgemeinen Stimmung beobachtete. Haltet ihr es immer noch für eine gute Idee? fragte er so leise, dass ich ihn gerade so verstand. Wir haben einen geübten Henker hier. Er deutete mit einem Nicken zu einem großen Mann mit breiten Schultern, der etwas an der Seite stand. Er war in Hosen und Weste aus braunem Leder gekleidet, die seine mächtigen Oberarme freiließen. Eine Kapuze besaß er nicht, aber an seinem Gürtel hing eine Maske aus schwarzem Stahl. Ohne diese Maske schien er ein freundlicher Geselle zu sein, ein gutmütiger Bär, der sich mit wachen Augen umsah. Zwei Gesellen standen neben ihm und hielten mit Blasebälden einen Eisenkessel heiß. Eine silbrige Flüssigkeit stand ruhig darin und dampfte. Weiter vor uns, in der Mitte der Plattform und vier Schritt vom Rand entfernt stand ein Gestell, einem Käfig gleich, das mit Lederplanen versehen war. Ein Mann passte dort hinein und würde mit gespreizten Beinen und Armen darin stehen können. Unter diesem Gestell befand sich eine Schale aus Metall. Vier Schritt daneben war ein Block, wie man ihn aus allen Landen kannte, sorgsam neu gezimmert und schwarz angemalt, mit einer Kuhle für das Kinn. Auch hier gab es eine Kohleschale, in der einer der Henkers Gesellen ein Brandeisen heiß hielt, an dem die Rune zu erkennen war, mit der man im Reich Nekromanten zeichnete. Dahinter stand der kaiserliche Tee-Galgen, an dem Helks Kopf überenden sollte, nur dass man den Kopf mit dem Brandmal an den Fuß des Galkens stellen würde. Sie ist bereit es zu tun, aber ich werde sie noch einmal fragen. Ich glaube nicht, dass es noch sein muss. Ich hörte schon in den Kneipen, dass man sie bereits bewundert. Stofis hat hier bewundernswert gerettet. Der Kommandant nickte zum Hochinquisitor Pertock hin, der zusammen mit drei anderen Inquisitoren Desina und Santa weiter rechts von uns stand und sich mit ihnen unterhielt. Er würde es schätzen. Es gefällt ihm nicht, die Hinrichtung anderen zu überlassen. Der Kommandant seufzte leise und sah sich um, legte seine Stirn in Falten, als sein Blick auf die geladenen Gäste fiel. Wenn es um den Kronrat geht, sind sie alle wie störrische Esel. Aber hier finden sie sich einträchtig zusammen. Selbst der Handelsrat ist zufrieden. Es ist ein großes Geschäft für ihn und für die Diebesgilde auch. Was sollte ich dazu sagen? Der Tod anderer barg schon immer eine schaurige Faszination. Wie will man die Verurteilten hierher bringen? Auf einem Leiterwagen durch diese Menge? Sie sind schon da und warten unter der Plattform darauf, dass man sie hinauf holt. Lange wird es nicht mehr dauern. Da kommen jetzt auch die Priester unserer Götter. Schaut euch diesen Auflauf an. Wann sieht man solche erlauchten Gäste sonst? Bei Krönungen, Hochzeiten hoher Herren oder dem letzten Geleit von Königen? Die hätten die beiden einfach im Hinterhof erschlagen und verscharren sollen. Doch Joachin hat mit seinen Morden das Volk so sehr erzürnt, dass es sogar Pertock notwendig erschien, ihn öffentlich zu richten. Was hat er überhaupt getan? Er nicht eines der Opfer starb von seiner eigenen Hand. Ich sah ihn erstaunt an. Er machte sich an die Frauen seiner Opfer heran, schwatzte ihnen ein Mittel auf, das ihre Männer zu besseren Liebhabern machen würde und brachte so die Seras dazu, ihre Männer mit Gift zu ermorden. Allerdings wurden zwei der Seras wegen Mordes hingerichtet, bevor herauskam, dass es in Wahrheit dieser Joachin gewesen ist. Allein das war Grund genug, das Volk gegen ihn aufzubringen. In der Tat ein hinterhältiges Verbrechen. Hat die Befragung von Helx noch etwas ergeben? fragte ich den Kommandanten. Der nickte. Wendet euch an Urikes. Er hat das Protokoll des Verhörs vorliegen. Ein paar kleine Dinge nur, ein paar Namen, um dass wir jetzt wissen, dass wir zu früh zugegriffen haben. Er hat weitere Anweisungen erwartet, die er noch nicht erhielt. Er sah zu mir hin. Er hat noch etwas von einem Raben gefaselt und von einem Anschlag, der euch gelten soll. Also haltet besser die Augen auf. Denn Anschlag gab es schon, teilte ich ihm mit. Wie ihr seht, war er erfolglos. Achtet trotzdem auf euch, bat er. Auch für den Kronrat hat der Feind etwas geplant. Es lässt mich nicht schlafen, dass ich nicht weiß, was es sein könnte. Auch dass dieser Tiefstirk hier irgendwo noch ist, gibt mir Bedenken auf. Ich nickte und sah mich weiter um. Wenn Kolaran oder Tiefstirk eine Möglichkeit fanden, hier zuzuschlagen, dann war der Krieg zu Ende. Kein Wunder, dass es dem Kommandanten nicht gefiel. Die Trommler hoben ihre Stöcke und ließen sie auf den Fellen tanzen. Dann kam eine Prozession die hintere Treppe herauf. Vier Bullen in ihren Rüstungen führten mit fester Hand einen jungen Mann mit Pickeln und einem gewinnenden Lächeln die Treppe herauf. Er trug Ketten und festliche Gewänder und warf der grölenden und buhenden Menge mit gefesselten Händen Kusshände zu. Noch genießt er seinen Auftritt, grollte der Kommandant. Er wähnt sich sicher schon in den Geschichtsbüchern der Stadt. Doch ich schwöre euch, das wird sich ändern. Ich nickte nur und begab mich zu Leandra hin. Sie sah mit großen Augen auf Joakin, der jetzt vor den gekrönten Häuptern einen Kratzfuß tat. Leandra, sagte ich, ich rate dir, Lass es sein. Es wird dich in deinen Träumen verfolgen und das brauchst du nicht. Zuvor wolltest du es aber, sagte sie genauso leise, während Pertock vortrat und die Menge leise wurde, während der Inquisitor die Verbrechen des Delinquenten verlass. Das Ziel ist erreicht. Man bewundert dich. Du bist die unschuldige Königin, mit der man ein übles Spiel getrieben hat. Überlass du würdest es sonst bereuen.